Wann erscheint der Imam der Zeit? Diese Frage hat sich jeder von uns schon mal gestellt. Wann erscheint der Imam? Und werden wir diese Erscheinung erleben oder nicht? Ja, wir können keinen Zeitpunkt angeben, wir können kein Jahr angeben. Aber wir haben dennoch einige Informationen aus den Überlieferungen über den Tag der Erscheinung. Wie beispielsweise erstens, es wird ein Freitag sein. Zweitens, wir können sagen, der Imam erscheint ein Ashura. Und drittens, es wird ein ungerades Jahr sein. Das Jahr nach der Auswanderung und nicht das Jahr nach Christus. Das heißt, wir können sagen, ein Freitag ist Ashura und das Jahr ist ein ungerades Jahr. Jetzt mag man sich aber die Frage stellen, wieso hat Allah subhanahu wa ta'ala dieses Datum...